Wir machen weiter mit einer Komposition von 1948, nein 1942, eine Komposition, die relativ lange in Vergessenheit geraten ist, leider. Dann so in der Popszene wieder auftauchte, ziemlich viel Furore machte und wir haben sie jetzt also umgeschrieben, umtransponiert für die CDC. Und das Stück heißt Pudding on the Ritz. Für alle, die kein Englisch können, wollen wir den Titel wieder übersetzen. Pudding on the Ritz heißt nichts weiter als der Besuch bleibt über Nacht. Pudding on the Ritz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Dankeschön, liebe Leute.